Ardha Padma Dvihasta Ekapada Navasana ist eine Variation des Bootes, bei welchem du den Fuß an die Innenseite oder auf den Oberschenkel gibst und dann mit beiden Händen an den anderen Fuß fasst. Es gibt das Ganze auch noch als Agni Stamba Variation, wo du den Fuß nicht an die Hüftbeuge gibst, sondern du gibst den Fuß an den Oberschenkel in der Nähe des Knies und dann ziehst du das Bein zu dir hin, wodurch die Rotation der Hüfte noch etwas stärker ist. Beide sind gute Gleichgewichtsübungen und gleichzeitig Hüftöffner. Beide sind gute Gleichgewicht.